Sorry Leute, dass ihr eine Woche warten müsst, weil ähm, es geht peck volls, deswegen Pause machen, noch eine Woche noch, dann kommt Taslo, endlich, und ähm, vielleicht ähm, geht dies ihm gut, ne, also anrufen kann ich ihn nicht, ähm, weil ähm, ich ähm, die Telefonnummer nicht kenne, Aha, okay, komm jetzt her, du Arsch, könnte nicht, sind blaue jetzt fake, oder was, na, 10er, okay, also, ähm, ich guck mal kurz, äh, oben, man weiß nie, Also, ja, sieht man, obwohl es nix bringt, da suchen wir, hm, so, bringt nur Müll, ne, so, Also, wenn es gefallen hat, lasst euch ein Like, da, und wenn ihr nix verpassen möchtet, abonniert den Kanal, Twitter, namen 64, Instagram, namen 74, Twits, namen 45, also, gleich kommt auch was, wenn wir es geschafft haben, Das ist ganz verwirrt, das da, ähm, eine Lunge, Ah, richtig, erste Aber ich vertraue nicht in diese eine verdammte Münze, komm her, obwohl es nix bringt So, weiter Also, Frankreich ist jetzt wie in Paris, außer das ist die Hauptstadt, und es gibt, das ist ein Blatt, das man nicht finden braucht, und, was, was muss da, Oh, danke, das ist ein Assi So, warte mal, ich hole mal die zwei, wo es nix gibt, aha Aha Der, der möchte die Blut beschützen, aber es geht nix Noch einer, komm her, und bam Da war noch einer, als ob Wenn ich nicht, nicht habe, dann, ähm, bin ich sowas aufgerastet Zum Glück hab ich die gefunden Oh, jetzt kommen die mit Staffeln Ich kann auch, ah, okay Die anderen sind acht Eier, ne Nur eine, ein Doppelpack Von fünf Deswegen heißen die auch Staffeln Ja, komm herauf Ein Action Time Ich hab noch nie gesehen Oh, nee Wo ist der? So, okay Also, zweimal schießt man nur beim Großen Warte, ich muss Alter, das ist richtig Assi Wenn ich einfach weitergegangen bin Wo ist, äh, das sind nur tausend Eier Oh Gott Vielleicht musst du ja Bitte, hör auf mich immer abzufressen Es gibt auch andere Joschis der Polizversetzen Einer bewegt sich Mai Was, ich werd ausgebremst Hör auf So Fünf Ah, ja Oh, okay Ich wollt ihn haben Ist der blaue Nichts Und Ah, ja Ein zweiter Action Teil Also, bitte nicht dieses Das ist auch nicht Besser Wir haben es geschafft Hilfe Mit ein Ei Aber da musst du noch ein Vollpfosten Und da brauchst du noch ein Vollpfosten Aha Da 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 Scheiße! Ja Bro, danke, das ist cool. Aber... Sind ja wie... Ha? Keine Ahnung. Ja, eine Eule. Guck mal da. Weiß man nicht, dass sie irgendwie... ...finden soll? Ja, toll! So. Wie soll ich eigentlich hochkommen? Aha. Aha. Und noch einer. Der weckt mich hier. Jetzt will ich mich einfach mal in Ruhe lassen. Das wär nett. Gesteinkapit? Ich glaub ich schaff's nicht mehr mit dem Herzen. Weiße. Oder... ... 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 Ja wie soll man das eigentlich schaffen? Aha. Und bam. Er hat so viel Platz. Eier versaut. Ja wieso, was soll ich das machen? Soll ich abfliegen oder was? Nach Miami? Halt's drauf. Aber die Herzen habe ich versaut. Oh scheiße. Habe ich das noch verpasst? Nein. Das war schon der letzte Müll. Wir hätten es eigentlich geschafft ohne Fay. Oh man. Also im besten mache ich das nach den Bossen dann. Okay. Also nach den Bossen werde ich das machen. Eigentlich habe ich das geschafft. Oh man. Fürs Trösten brauche ich jetzt neue Kostüme. Ah jetzt kommt er. Oh. Oh. « Bus, blauer Mandara, roter Schubkarre, gelber Apfel, roter Apfel, dann noch der Wunderball, der Baumstumpf, der Silbereimer und jetzt kommt der Boss, Piranha Octoda und die Eicheneule. So, Piranha Octoda und die Eicheneule. So, Piranha Octoda und die Eicheneule. So, Piranha Octoda und die Eicheneule. Jetzt gibt es noch was. Oh, ich bin jetzt so kaputt. Ich baue jetzt 15 Grenzenblumen. Ja okay. ach vielen dank jetzt gehe ich jetzt aus dem weg ich baue auf meinem ganzen bisschen gemüse an es gibt einen recht großen wunderbar ich frage mich ob ein Traumbrill da drin sein könnte jemand sollte ihn öffnen ah jetzt weiß ich hallo Okay, hier ist dabei. Stimmt was nicht? Das rieche ich. Oh, vielleicht sind da ein paar Juven drin. Ich mache mich auf dem Seher nach. Wir werden es schnell öffnen. Ich brauche was zu werfen. Ja, dann hol mal. Ich habe genug Eingang. Oh, hier ist ungesüßt. Bitte warte. Kaputt machen oder nichts tun? Also Dom Tendo hat es nichts tun gemacht. Ich gucke mal auf das da. Oh. Boah, ich habe es auch fast alle kaputt gemacht. Ah. Let's try it. Oh. 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 da soll. Habe ich auch nicht. Da ist er. Octopi... Octotando. Und dann? Hä? Ach, es wird nicht eingeblendet. Man muss es einfach so machen. Wow! Was haben wir denn da? Und Abschuss. Okay. Domtenno haben die kaputt gemacht. Jetzt werden Deaths zeigen wie das mit O0. Ich probiere das mal ohne... Okay. Okay, okay, okay. Mit ohne Damage. Das ist krank. Das ist krank. Oh! Wie viel Dinger hat du denn gezüchtet, Junge? Hilfe! 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 Ich habe diese schon alle gebesucht. Wut? 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 Und schon wieder geht es los. Ja, geil. Geh wieder baden. Eier, Eier, Eier. Ach, ich kriege aber. Okay. So, jetzt versuche ich mal das zu timen. Obwohl es nichts bringt. Einfach skippen. Ah, hier. Ah, ja. Oh, komm wieder. Den habe ich nicht gesehen. So, voll. So, jetzt kommen diese Arschlöcher wieder. Wir machen eine Urlaubtour. Der kann raus. Dann geh raus. 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 So. Der Blaue geht hoch. Und nicht abflitschen, wie ich das gemacht habe. Alle, hör auf, jetzt auf zu flitschen. Wir sind nicht beim dritten Welt. Einmal. Allein zurück. 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 Jetzt ist es jetzt wieder so schlecht. Mach schon. Ich hab schon A gedrückt. Mach schon. Ich hab schon A gedrückt. Was? Oh. Was ich gemacht habe. Hä? Coins. 1. 2. 2. 3. 1. 3. 3. 4. Das ist jetzt wieder ein Steinblock. 1. 4. Ich bin zufrieden, vielleicht gehts mit Mario Maker 2 wieder, nächste Woche kommt Tassilo Und ich werde Ihnen auch mal ein Let's Play auf Mario Maker 2 machen Bisschen spannend, kommt Anfang August, da muss ich bald zur Schule Jetzt baue ich jetzt Tipps, ich baue eine Bio-Maus Wozu brauchst du eine Bio-Maus? Eine Bushaltestelle Ok, ich guck mal wieviel er braucht Ja ich muss immer gucken Ok, nur 6 Wir werden zu ähm, zu 4 oder 3 oder 4 Tweeten machen, das war's Damit wir dann ganz unten müssen, zum Märchenland Wie sieht das nochmal aus? Eröffnet und dann noch mit Mausohren Wie Tom und Jerry Wie Tom und Jerry Moment So So Du hast jetzt gerade gehört, aber ich muss gleich Schluss machen Das ist da vorne Ne, das ist ein Quatsch Meine Fresse So Guck mal, du bist frei Oh, das stärkt mir den Scheiß Wagen So, die gehen wir's weg Das kann ich nicht Das kann ich nicht Das kann ich nicht Die Mamm ist am Spreien So Also ich guck Also ich schieße gar nichts mehr Ach so Ich schieße nur mit Eulen Und Wir haben schon gleich In 3 Minuten haben wir ja eine halbe Stunde Und ich gehe jetzt Richtung Guck mal Was ist das da vorne da? Ah, guck mal da Hier Aufräumen Boah, ich hab schon 100 Was ist das denn? Aha So Gibt's noch eine auf der Auf Vorderseite Also nicht lange Auf der Rückseite Okay Ich will jetzt mal gucken Okay Ich will jetzt mal gucken So Der nächste ist Ich brauch ein Hasenfels In der Wundeball gesehen Das ist alles zu schnell Alles Oh Das wird schwierig Aber ich hab die noch nie gesehen Aber ich hab die noch nie gesehen Also die ist klein und pink Wie ein kleines Süßes Säßchen Also das ist dein letztes Bitte Dann mach ich schon In der Geschichte Ich hab' ihn mega gesehen Auch Ich hab' ihn ja noch nie gesehen Ich hab' ihn ja noch nie gesehen Ich hab' ihn nie gesehen Ich sehe da unten Blätter Soll ich noch Blatt holen? Das habe ich nie gesehen, da war ich auf der linken Seite gesehen. Ich bin nicht dein Futter. Ah, guck mal da. Ich bin nicht dein Futter. Ah, guck mal da. Hier, da ist er. So. Jetzt vorbei. Oder gibt es eine, die ich jetzt holen kann? Ich schau mal. Ich tue jetzt die Hälfte. Sieben Scheifegeier. Viele... Ist das hier? Oh. Das wird ein bisschen lange dauern. Also wir machen jetzt Schluss. In der nächsten Partie, das wird Super Mario Maker 2 wieder. Tschau.